jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute bei damit dem zweiten die dritten rennen aus australien links 2 in links 2 in rechts 4 ein paar kurze folgen jetzt momentan leider nur links andere über gruppe vielleicht sprung 80 links 5 senke links 3 lang zu überpuppen links 5 in rechts 4 in links 3 überpuppen nicht schneiden in rechts 5 links 5 rechts 6 lang überpuppen nicht schneiden links 5 rechts 6 in links 5 überpuppen 80 durch senke durch tor 80 links 5 kuppel in puppe nicht schneiden 80 durch senke links 5 lang nicht schneiden so letzter abschritt heute abituale jetzt links 5 überpuppen 80 durch senke 80 links 3 in puppe rechts 3 nicht schneiden in links 2 links halten überpuppen vorsicht rechts 1 in rechts 4 überpuppen mittig halten überpuppen links 5 überpuppen nicht schneiden in rechts 4 links halten überpuppen bis ziehen langsam zum marsch so tolles ergebnis das war unschlagbar 900 gut Ja, das ist der Drei. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das hat das Ding hier gewinnen. In rechts, 4, macht auf. Rechts, 4, nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4, macht auf. Nicht schneiden. Rechts halten, übergruppe 80. Achtung, gruppe links, 2. 60 durchsenken. Links halten, übergruppen. Rechts, 6, rechts schneiden. Mittig halten, übergruppen. 100 durchsenken. So, da wollen wir natürlich auch klar gewinnen, dass es... Uh, es könnte sich schnell sein. Glück ab. In rechts, 4. Links halten, übergruppe. 100 durchsenken. Mittig halten, übergruppen. 80. Rechts, 4. In links, 3. Nicht schneiden. In rechts, 4, macht auf. 60. Links, 6. Rechts halten, übergruppe. Nicht schneiden. Rechts, 2, gruppe 80. Links halten, übergruppen. 100. Mittig halten, übergruppen. 100 durchsenken. Rechts halten, übergruppen. 100. Achtung, bremsen. Onnekehle, links. In rechts, 2, lang. Macht zu. Nicht schneiden. In links, 3. Nicht schneiden. Vorsicht, rechts, 2. In links, 3, gruppen. Nicht schneiden. In rechts, 4. Links, 4, gruppen. 60 durchsenken. Rechts, 2, 80. Nicht schneiden. Kuppe links, 3. Links, 4. Macht zu. Nicht schneiden. In rechts, 3. In links, 4. Nicht schneiden. 60. Links, 3. In Kuppe rechts, 3. Nicht schneiden. In links, 2. Mittig halten, übergruppen. 100 durchsenken. Das wollen wir natürlich hier klar. Auch wieder gewinnen. Ich will alle Rennen gewinnen, das ist klar. Das Wetter macht es natürlich nicht viel einfacher. Am Freitag stattdessen ist ein neues Projekt bei mir auf meinem Kanal. Das ist schon mal als Anmerkung. Rechts, 4. Rechts, 4. In links, 3. Nicht schneiden. In rechts, 4. Macht auf. Achtung. Links, 4. Übergruppen. In links, 1. Rechts halten, übergruppen. Rechts, 3. Nicht schneiden. In links, 2. Macht auf. In offener Kehre. Rechts, 80. Achtung. Links, 3. verengt sich. In rechts, 4. Macht auf. Lang. Nicht schneiden. 80 durchsenken. Links, 5. 60. Links, 6. Rechts halten, übergruppen. Nicht schneiden. Rechts, 2. Gruppe, 80. Links halten, übergruppe. 80. Rechts, 5. Lang. Nicht schneiden. Achtung. Gruppe, vielleicht Sprung. Rechts, 5. Nicht schneiden. 110 durchsenken. Links halten, übergruppen. Gruppe, vielleicht Sprung. 80. Durch Tor. Links, 5. In rechts, 3. Übergruppen. Nicht schneiden. In links, 4. In rechts, 5. 60. 80 durchsenken. Links, 3. Übergruppen. Senke, Gruppe. Durch Tor. Durch Tor. Links, 4. Und Achtung. Rechts, 2. Übergruppen. In rechts, 2. 80 durchsenken. Links, 5. Links, 5. Gruppe, Gruppe. 80 durchsenken. Links, 5. Lang. 60. Rechts, 5. Lang. Nicht schneiden. Achtung. Gruppe, vielleicht Sprung. Rechts, 5. Nicht schneiden. Rechts halten, übergruppe. 80. Achtung. Gruppe, links. 2. 60 durchsenken. Links halten, übergruppe. Rechts, 6. Nicht schneiden. Links, 3. Nicht schneiden. In Kuppel, rechts, 3. In links, 2. Links, 6. Rechts halten, übergruppe. Rechts, 2. Gruppe, 80. Links halten, übergruppe. 100. Links, 6. Rechts halten, übergruppe. Rechts, 2. Na ja, für Krieger schon liegen. Komm, zwei Abschnitte noch. Sorry, wenn ich wirklich quatsche, das kennt ihr ja mittlerweile. Das heißt dann, äh, dass ich ein bisschen... Rechts, 4. Macht auf, da. 80 durchsenken. Links, 5. Nicht schneiden. Links, 62. Nicht schneiden. Links, 3. Nicht schneiden. Dass ich mich einfach konzentriere, gerade auf die Rennen. Rechts, 2. Hundert, nicht schneiden. In rechts, vier. Achtung, links vier, überpuppen. In links, eins. Rechts halten, überpuppen. Links halten, überpuppen. Hundert durch senken. Mittig halten, überpuppen. Hundert. Mittig halten, überpuppen. Hundert durch senken. Rechts halten, überpuppen. Rechts, vier. In links, drei. In rechts, vier. Mach auf. Nicht schneiden. Links, vier. Mach zu. Nicht schneiden. In rechts, drei. In links, vier. Nicht schneiden. 60. Vorsicht. Rechts, zwei. In links, drei. Kuppe. Nicht schneiden. In rechts, vier. Links halten, überpuppen. Bis zielen. So, den Teil haben wir geschafft. Den Teil haben wir geschafft. Das war der zweite Teil aus Australien. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. Na gut. Dann war's das hier mit dem Teil. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1... äh, F1, ja, natürlich. Äh, bei Let's Play Dirt 4. Und, äh, dann kümmern wir uns um den letzten Teil hier. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.